Hallo, wandle folgenden Bruch in eine gemischte Zahl um. 21 Achtel. Ein Bruchstrich heißt ja nichts anderes als ein Geteiltzeichen, also können wir dafür auch schreiben 21 geteilt durch 8. Und diese Division lässt sich in einer Nebenrechnung sehr schnell lösen. Da stellt sich die Frage, wie oft passt die 8 in die 21 rein? Und dann wissen wir, es ist zweimal. Mit einem Rest 5. Jetzt haben wir auch schon alle benötigten Teile für unsere gemischte Zahl. Nämlich diese 2 hier. Also wie oft passt die Zahl da insgesamt rein? Wird unsere neue natürliche Zahl, die vor dem Bruchteil steht. Dann kommt ein Bruchstrich. Der Nenner bleibt wieder gleich, kriegen wir also aus dem ursprünglichen Bruch. Und als Zähler nehmen wir den Rest, der bei der Division auftrat. Und nach folgt daraus, 21 Achtel sind 2 5 Achtel. Und das funktioniert mit jedem Bruch.